Manche Dinge scheinen ja für die Ewigkeit gebaut, aber ganz unter uns, nix ist für die Ewigkeit gebaut. Sehr gut zu sehen an diesen Ruinen, fast 1000 Jahre stehen diese Teile hier herum, aber auch nicht mehr so ganz frisch. Also für die Ewigkeit wird auch das nicht reichen. Kleiner Impuls hierzu, das Genießen des Tages gehört einfach zu den wichtigsten Dingen überhaupt.